Steuern von Gerätefunktionen mithilfe von IT-Richtlinien Was ist eine IT-Richtlinie? Eine IT-Richtlinie ist ein Regelsatz, mit dem Funktionen und die Funktionalität von Geräten gesteuert werden. Sie können IT-Richtlinienregeln verwenden, um sowohl Gerätefunktionen als auch den geschäftlichen Bereich auf Geräten zu steuern. Der Geräteaktivierungstyp und gegebenenfalls Optionen wie Secure Workspace und Nox MDM legen fest, welche Regeln in der IT-Richtlinie auf das Gerät zutreffen. Sie können in einer einzelnen IT-Richtlinie Regeln für BlackBerry 10, iOS, Android und Windows Phone Geräte festlegen. BAS 12 umfasst eine IT-Standard-Richtlinie mit vorkonfigurierten Regeln für jeden Gerätetyp. Wenn Sie Benutzern oder einer Gruppe, zu denen Sie gehören, keine IT-Richtlinie zuweisen, sendet BAS 12 die IT-Standard-Richtlinie an die Geräte der Benutzer. Der erste Schritt ist die Aktualisierung der IT-Standard-Richtlinie. Sie können die IT-Standard-Richtlinie aktualisieren, um sicherzustellen, dass die IT-Richtlinienregeln die Sicherheitsstandards Ihres Unternehmens erfüllen. Klicken Sie in der Menüleiste auf Richtlinien und Profile. Erweitern Sie im linken Fensterbereich den Bereich IT-Richtlinien. Klicken Sie auf Default. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten. Nehmen Sie auf der entsprechenden Registerkarte Änderungen für jeden Gerätetyp vor. In diesem Beispiel wird die IT-Standard-Richtlinie aktualisiert, um ein alphanumerisches Gerätekennwort durchzusetzen. Auf der Registerkarte BlackBerry in der Regelgruppe Kennwort stellen Sie die Regelmindestkomplexität des Kennworts auf mindestens ein Buchstabe und eine Ziffer. Wählen Sie die Regel Kennwort für das gesamte Gerät ist erforderlich aus. Klicken Sie auf die Registerkarte iOS. In der Regelgruppe Kennwort wählen Sie die Regel Kennwort erforderlich für Gerät aus. Wählen Sie die Regel alphanumerischer Wert erforderlich aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Android. Für natives BS legen Sie die Regel Kennwortanforderungen auf alphanumerisch fest. Für NOX-MDM legen Sie die Regel Kennwortanforderungen auf alphanumerisch fest. Für NOX-Workspace legen Sie die Regel Kennwortanforderungen auf alphanumerisch fest. Klicken Sie auf die Registerkarte Windows Phone. In der Regelgruppe Kennwort wählen Sie die Regel Kennwort erforderlich für Gerät aus. Legen Sie die Regel Kennwortkomplexität auf alphanumerisch fest. Klicken Sie auf Speichern. Erstellen einer benutzerdefinierten IT-Richtlinie und zuweisen zu einer Benutzergruppe. Sie können vorhandene IT-Richtlinien kopieren, um schnell benutzerdefinierte IT-Richtlinien für verschiedene Gruppen in Ihrem Unternehmen zu erstellen. In diesem Beispiel wird die IT-Standard-Richtlinie kopiert, um dieselben Geräte-Kennwortanforderungen in der neuen Richtlinie zu verwenden. Klicken Sie in der Menüleiste auf Richtlinien und Profile. Erweitern Sie im linken Fensterbereich den Bereich IT-Richtlinien. Klicken Sie auf Default. Klicken Sie auf das Symbol Kopieren. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue IT-Richtlinie ein. Nehmen Sie auf der entsprechenden Registerkarte Änderungen für jeden Gerätetyp vor. In diesem Beispiel wird eine IT-Richtlinie erstellt, die Benutzer daran hindert, die Gerätekamera zu verwenden. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte BlackBerry in der Regelgruppe Geräte-Funktionalität das Kontrollkästchen für die Regel Kamera zulassen. Klicken Sie auf die Registerkarte IOS. Deaktivieren Sie in der Regelgruppe Geräte-Funktionalität das Kontrollkästchen für die Regel Nutzung der Kamera zulassen. Klicken Sie auf die Registerkarte Android. Wählen Sie in der Regelgruppe Geräte-Funktionalität für natives BS die Regel Kamera deaktivieren. Deaktivieren Sie in der Regelgruppe Geräte-Funktionalität für NOX MDM das Kontrollkästchen für die Regel Kamera zulassen. Deaktivieren Sie in der Regelgruppe Geräte-Funktionalität für NOX Workspace das Kontrollkästchen für die Regel Kamera zulassen. Deaktivieren Sie in der Regelgruppe Geräte-Funktionalität das Kontrollkästchen für die Regel Kamera zulassen. Klicken Sie auf Speichern. Nachdem Sie eine IT-Richtlinie erstellt haben, können Sie sie einem Benutzerkonto, Benutzergruppen oder Gerätegruppen zuweisen. In diesem Beispiel wird die IT-Richtlinie einer Benutzergruppe zugewiesen. Klicken Sie in der Menüleiste auf Gruppen. Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, der Sie die IT-Richtlinie zuweisen möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Klicken Sie im Abschnitt IT-Richtlinien und Profile auf das Symbol hinzufügen. Klicken Sie auf IT-Richtlinie. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die IT-Richtlinie aus. Klicken Sie auf Zuweisen. Damit ist die Steuerung von Gerätefunktionen mittels IT-Richtlinien abgeschlossen. Klicken Sie auf demisoft, der Sie aufainenite den Restlinien GepilchBoom. Klicken Sie aufzunehmen. Klicken Sie aufbiere Guten. suspend Sie auf den hohen Schq ga. Einstellungen. Klicken Sie aufzuweisen. Klicken Sie auf der schlimmen Zeit.